Servus Leute, Willkommen zurück zu Chanté and the Pirates Curse, immer noch mit deinem Heiratsvermittlerin ist unterwegs. Gehen wir mal die Braut besuchen oder die Witwe oder stimmt, sie ist ja eine Witwe geworden. So was auch immer. Vor allem, was ist das eigentlich? Was soll ich jetzt hier mitmachen? Hier mit? Ach was. Der Vogel da oben. Ja, da gibt kein Ton mehr von sich. In dieser Brille kann ich mal wieder hindurch gucken. Durch alle mögliche Klamotten. Ich kann Frauenunterwäsche gucken. Haar und jetzt machen wir Notizen. Neueste Mode. Die Mumienzeichnung wieder. Ich habe alle drei Symbole der Mumien aufgezeichnet. Jetzt sollte er in der Lage sein, das Design zu erkennen. Mom is alive. Dann heißt wir müssen wahrscheinlich wieder zurück zur Bräunungsinsel. Oh, wirklich? Jede Form stellt ein Tier dar. Ah, diese komische Drehschaube da. Das ist mit einem speziellen Mustern geordnet. Das bedeutet, Come and Free Temple to East. spielabsturz ich würd den entwickler so sehr in den hintertreten lieb fisch fisch wahrscheinlich bei beiden dann haben wir jetzt mal jetzt weiter ich hab kurz überlegt ob ich richtig gehe ich hab mich locken lassen ich wollte da nicht hin ich wollte daran ich schreibe gerade eine alte grundschulfreude an und ich denke erst mal wer ist das eine alte grundschule weil stimmt ja in deutschland heißt das grundschule nicht volksschule die wohnen direkt neben uns das ist unsere nachbarin obwohl nein nicht grundschule wahrscheinlich in der hauptschule grundschule ist das ist ein bisschen äh stachelball ach und immer diese entfragen Wie geht's dir so? Hast du halt eh jemand gefunden? Ja, genau. Immer. Jedes Mal. Hast du jetzt etlichen Kerl gefunden? Naja, mittlerweile bin ich jetzt wieder doch mit meinem Freund zusammen. Ich geb' ihm noch ne Chance, aber wenn er nochmal irgendwie sowas macht, dann nee, dann nicht mehr. Ist vielleicht auch klüger, nicht nachzufragen, was er gemacht hat. Ne, nicht wirklich. Ne, doch, es ist klüger, nicht nachzufragen. Ne, nicht wirklich würde dann heißen, dass es klug ist nachzufragen und das wäre blöd. Also es ist Privatsache und sowas gehört hier nicht hin. Ach Gott. Hast du auf Steam wahrscheinlich auch ne ganze Menge Spiele, da würde sich auch ne ganze Menge anbieten. Blades of Time? Das ist krass, das Spiel, ich mag das. Ne, als Let's Play würde sich so einiges anbieten. Was du dann machen würdest. Und dann auch so, keine Ahnung, so Trash Let's Play oder so. Zum Beispiel. So, wo man Spiele spielt, die einfach scheiße sind. Ja, da, klar. Gibt's da auch Steam so reinigen, ne? Ja, das ist dann quasi so wie meine Let's Shows. Einfach nur ein Einzelvideo von einem Spiel. Beinungstempel. Warum steht in so einem antiken Tempel das Soefa? Keine Ahnung, die haben sich neu eingeladen durch. Das heißt, die Nähe seid das. Das heißt, die Nähe seid das. Hä, gut, gut, geht die Prinzessin. Ähm, bin ich ne Prinzessin? Ist Schande eine Prinzessin? Keine Ahnung. Der darf süß sein. Oh, beide Sterne und Strumpf, Alter. Prinzessin, seid ihr das? Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass der Tipp Strumpf verträgt, aber... Sein Stab sieht aus wie ein einäugiges Arbok. Ein bisschen aus wie eine Pilfer. Ähm, sag ich doch Arbok. Ähm, du sprichst mit mir, oder? Ihr seid es. Sie seid nach all der Zeit zurückgekehrt, alle herhören. Unsere Prinzessin sind nach all der Zeit zurückgekehrt. Boah, Alter, meine Stimme. Boah, ich glaube ihr habt das falsche Mädel. Mädel. Sie hindert sich nicht. Achso, das war der Alte. Und doch ist sie das Ebenbild von ihr, die schon lange verstorben ist. Nun ist sie zurückgekehrt, um mit all ihrer unendlichen Weisheit über uns zu herrschen. Prinzessin, bitte nehmt sofort euren angemessenen Platz auf euren Thron ein. Hast du gehört, meine Let's Plays sind weiser. Also Leute, schön alle reinziehen, schön alle meine Philosophie studieren. Und alle... Ja, das kann ja was werden. Dann werden alle so bräsig wie ich und alle orientierungslos. Kein Mensch auf der Welt weiß mehr wohin er eigentlich muss, oje. Blankes Chaos. Aber, aber... Königliche Untertanen. Schmückt eure Hoheit die zeremoniellen Gewand. Jetzt bin ich gespannt. Seht so, dass sie nicht verschwindet, während ihr euch die Krönung vorbereitet. Die 가는 smoothen V Гeoran, ne? Ja, so Plateau ist und hierawaust grande, mein V Gleingang segnet das Problem jetzt. Das concurrent wir're. Ho 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 ho! Ohhh! Hallo? Hallo? Ich bin wie eine Weltraumprinzessin angezogen. Können wir nun darüber reden? Irgendwer? Großartig, sie haben mir auch meine Gegenstände abgenommen. Wenn diese Typen denken, ich wäre ihre wiederverstandene Prinzessin, werden sie mich nie mehr gehen lassen. Es muss einen Fluchttritt geben. Ich schau mich besser mal um. Eins muss man sagen, da ist sie sehr leicht bekleidet. Oh! Okay, da könnte ich auch auskriechen. Wahrscheinlich. Ja, danke! Sperrt mich ein! Was hat mir für... Hans Würste! Tschüss! Oh, geiler Schatteneffekt. Er nimmt mich irgendwie ein Super Meat Boy. Ist das eine... ich wollte gerade schon sagen, ist das eine Spiele? Das sieht aus wie eine Ratte. Wo bin ich denn? Ah, da unten. Sieht aber gut aus. Jetzt muss ich die ganze Zeit in... Ach so! Ah, du darfst nicht gesehen werden. Metal Gear Solid, aha! Was ich auch immer noch weitermachen müsste. Jetzt habe ich mir das Spiel extra gekauft, damit ich es weitermachen kann, weil mein Emulator rumgespackt hat. Und jetzt mag ich es trotzdem nicht. Dann dreht er sich... Ah, jetzt dreht er sich um. Wir hatten Wolfsfell auf dem Schädel. Na? Fragst du nicht. Das war sehr knapp. Achtung! Moment, Moment! Kann ich da oben hoch? Ne, war ja klar. Vielleicht die durch. Ne... Hä? Da durch! Ach so! Sag mal, wie guckt Chantei denn? Ah, die hat die Augen zusammengeknifft, als ob irgendwas... wo drinsteckt. Na gut, ich will ja nicht wissen, was unter diesem komischen Rock da noch so alles ist. Und ausgestattet, das kann man überhaupt als Rock bezeichnen. Das ist mir einfach nur so ein langes Tuch. What the fuck, von beiden Seiten auch noch. Ach, die können nix. Äh, ich auch! Oh, tschüss! Das war knapp. Die können nix, das sind Würstchen. Ich bin hier Prinzessin, eigentlich müsste ich sie wegkippen. Aber tatsächlich gefiel mir der andere Zopf besser. Ja, ich find auch den, wenn der nicht so geflacht ist, auch schön. Und vor allem auch, wenn ich die anderen Klamotten besser. Die sind ein bisschen zu obszön. Aufreizend. Äh. Hä? Das schaff ich doch nie. In den Killen kann ich euch nicht. In den Nacken. Nee. Äh, ich glaub das wird kacke. Achso, nee, ich hab's gesehen. Oddworld. Uh, Oddworld ist grüßen, geil. Apes Exodus. Ich spiel' Cloud aber von ganz schön vielen anderen Sachen. Aber zum Glück Cloud ist die guten Sachen. Ich glaub das ist die guten Sachen. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ach so, nur du. Äh, ihr könnt klettern? Läufen. Ähhhhh. Auch wieder so? Ja schon, aber was ist denn da unten? Vor allem, ich falle dann nach unten und es weht irgendwie nicht noch mehr nach oben. Nein, nein. Ist auch ne Tür. Da ist ne Kette, da ist ne unnütze Wache. Oh, ich hab das kaputt gemacht. Aha! Oh, Secret! Es ist nur Geld. Ich hab die Schatzkammer geplündert. Na ja, theoretisch bist du Ehreprinzessin, theoretisch dürtest du das. Wärst du gerne eine Prinzessin? Naja, nicht so. Warum? Zu viele Vorschriften und so und vor allem ein bisschen, ja, wie sie das sagen, man redet teilweise so, als hätte man einen Stock in den Arsch. Das würde mich nicht stören. Mich würde ja stören, dass ich mit, also wenn ich ein Prinz wäre, dann würde ich mit einer Prinzessin vermählt werden, die ich wahrscheinlich gar nicht mag. Die ich noch nie gesehen habe. Naja, da werden ja die Ehen meistens schon von vor abgeschlossen. Nicht alle. Es gibt ja auch sowas wie Heiratsvermittlungen. Wo die ganzen Heirats willigen Prinzessinnen zusammengetragen werden, zu einem Ball. Das wäre vielleicht interessant, aber... Aha, was ist das denn? Ach so. Oh! Ach so, das bringt mich zurück. Äh. Ah, das heißt, du musst nur runter und dann später zurück. Aber für mich wäre es eigentlich gar nicht so blöd, weil dann hätte ich wenigstens jemanden, der nicht heiraten würde. Da findet sich noch jemand. Ja. Ich habe die Hoffnung eigentlich schon fast aufgegeben, weil ich bin mehr kumpelmäßig. Ich glaube wohl kaum, dass irgendeine Frau so wie mich nehmen würde. Ich denke schon, dass es da welche gäbe. Es heißt zwar, zu jedem Tropf gehört ein Deckel, aber... Ach. Ich frage jetzt nur, ob der Deckel, der zu mir Topf passt, mir auch gefällt. Ich muss gerade schreiben, ich habe gerade zu tun. So. Weil die hat mir jetzt noch eine Sprachnachricht gesendet. Hey. Wer ist die denn? Du willst, wie bist du das? Aha. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße. Heiliger. Wie warst du? Wer sonst? Ich habe nach dir gesucht, aber statt dir diesen Ort gefunden. Diese Dunkel verhielten mich für so eine blöde Prinzessin und haben mich hier eingesperrt. Okay, das ist sehr verdächtig. Die sind ausverkassig übrigens, deswegen werde ich das nicht ausbrechen. Wenn ich die in die Finger kriege, verbreite ich sie zu Fischmehl. Verbreite? Das habe ich auch gemacht. Verarbeite. Wir verliehen Zeit. Lass uns abhauen. Ja, man muss sagen, sie sieht trotzdem schlimm aus irgendwie. Ja gut, außer dass es sehr knapp ist, ne? Ja, gegen die Knappheit habe ich an sich ja eigentlich nichts, aber da spricht wieder der Perverse in mir. Hä? Noch wer? Ja. Aha. Die nächste. Sky, dich haben sie auch gefallen. Was machst du hier? Oh. Ich bin hergeflogen, um mein Heimmittel für Joe zu finden. Was ist deine Ausrede? Jetzt sieht man nächstes Mal ihre Haare. Ich bin hier mit, ähm... Okay, sag's mir eben nicht. Lass uns einfach einen Weg aus diesem Irrenhaus binden. Du zieh dir was an, verdammt nochmal. Das sagt die Richtige. Du hast ja noch weniger an als ich. Wie soll ich denn in diesen Schuhen laufen? Schuhe ausziehen und denen dann die Fresse ballern. Ich hatte gar keine Schuhe an. Aus dem Sprite gerade. Okay. Haben wir noch eine Frau im Gepäck irgendwie? Ausstand der Frauen. Ach ne, so ein komisches Viech, wo du dunkle Manee abzupfen kannst. Guck mal. Das kann sich nicht mehr werden, dieser Loser. Hu hu hu. Moment mal. Nein, die haben mir auch alles geklaut. Meine Lampe. Ich kann nicht mehr Bauchtanz. Ach so, scheiße. Genau. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ja, weil der Bauchtanz mit dem Outfit, das hätte ich schon ganz gern gesehen. Ja, das hätte ich auch gerne gesehen. Ja. Schon wieder diese kletternden, komischen Typen. Das sind Wachfrauen, glaube ich. Ich brauche noch einen Schlüssel. Mindestens einen. Die verpissen sich. Ja, jetzt kommen sie wieder. Das sieht jetzt aus, als ob ich ihn rockern hätte. So einen langen. Ja. Toll. Sie haben Risky geklaut. Sie haben Sky geklaut. Hä? Was höre ich da denn an dem vorbei? Oh. 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 Glaub ich. Moment mal. Dann nämlich. Hm. Schon wieder? Hau ab. Die Kletterfrau. Schmeck meinen langen Zopf des Verderbens. Dann nämlich. Schlitzel. Warum? Jetzt kommt er noch. Ja, danke. Warum auch immer sich das Vieh weiter bewegen kann, obwohl ich erstmal stehe und mit einem Schlüssel posiere. Oh, ich habe jetzt gleich ein Schlüssel für mein Schlüssel aufgefunden. Oh. Jetzt kommen die frauenfeindlichen Witze hervor. Damit den auch zu... Nein! Leck mich doch am... Poppes. Ihr Huren! Äh, okay. Schatten. Hallo. Toll, Items kann ich auch keine einsammeln. Ja, ich habe nur die Karte. Super. Stimmt, dich gab es ja auch noch. Ach. Ach Gott. Rootytops. Und ich glaube, ihr gefällt das ausnahmsweise mal. Hallo. Rootytops. Aber ich habe dich auf der Spinnnetzinsel gelassen. Ich wollte nicht den ganzen Spaß verpassen. Da bin ich dir gefreut. Ja, das glaube ich dir, dass das dir Spaß macht. Guck, wir haben passende Kostüme. Jetzt können wir zusammen Prinzessinnen sein. Brutti. Wir müssen ja raus. Schnell. Okay. Ich gehe. Aber ich behalte das Auffiz. Das wäre ich, Alter. Das würde ich wahrscheinlich auch tun. Das ist wieder Moritz kennt man nicht ja auch. Das habe ich auch alle möglichen Auffiz. Das ist so ein Haaren hier. Hä? Das ist so eine Speicherfritze. Das müsste jetzt zwei Räume weiter rechts sein. Da geht die Post ab. Ich werde ja ein Fürstel 50 Jahre jünger. Ja! Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du bist blind. Du bist blöd. Sehr gut. Das ist ein bisschen sketchy. Das kriege ich schon wieder. Ah! Ich war also auch hier. In diesem Kerker. Natürlich auch schon. Ah! Ich war also auch hier. Und ich muss jetzt mal gucken, welcher Weg das nochmal war. Ich will den Weg jetzt wieder zurück gehen. Und dann will ich da auf der anderen Seite diesmal runter. Vor allem in der Hoffnung, dass ich da dann dieses Herz kriege. Diesen komischen Tinten-Octogenen-Fisch-Puss. Aber dann musst du immer noch, wie heißt es, noch einen danach finden. Mhm. Ich bin so blöd. Da ist eine Kette. Die habe ich gar nicht gesehen. Blut von der Säule. Perfekt verdeckt. Ich glaube, ich werde diesen Paar Ding das mit Haaren oder so nennen. Ja, braunen Haaren. Wulfs Haaren. Wulfs Nobel Haaren. Hau ab. Ja, komm nur her, doof Batzen. Jetzt wäre fast nicht doof gewesen. Tschüss. Warum habe ich eigentlich so eine Scheißfrisse und da wäre dann eine bessere? Keine Ahnung. Warum sind die so geil auf Prinzessinnen? Da guckt doch das Tintenfischerz fröhlich. Wenn ich in so einem Outfit rumrenne. Nein. Hau ab. Hä? Da ist eine Maus gewesen. Die war vorhin auch schon da. Ach so. Habe ich nicht gesehen. Ja, du guckst natürlich nur auf Fruit Detox. Ist klar. Nee, eher auf Chantel. Oder Chantel. Ich werde dir gleich was zu gucken geben. Ist mein... Ist mein Hund etwa schon wieder vor der Tür? Ich werde dir jetzt feuchte Träume bescheren. Hier, guck. Geil. Dann würde ich sagen, das war Chantel and the Pirates Curl. Sie nehmen Haare. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fitt euch. Tschüss. Tschüss.